Hallo, liebe Diebstähle-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Grand Ages Medieval, der Kampagne. Ja, wir sind weiter auf dem Versuch, diese Aufgabe oben links zu erfüllen. Packen wir es an! Bitte, ja. So. Ein freier Händler. Sehr wohl. So, Händler. Exquisit. So. Sehr gut. Ja, Prunk ist alles mit dem Problem jetzt, ne? Oh ja. Sehr wohl. Ah, Flucht. Diese blöden Wölfe, ne? Wir marschieren. Wir marschieren. Auf geht's. Auf geht's. Sehr gut. schon unterwegs. Schon unterwegs. So. Mit Freude. Ja, das dauert halt jetzt ein bisschen. Aber das schaffen wir schon. Exquisit. Frage ist, wie es hier ausschaut, dann weiter mit Handelsbeziehungen. Odessa zum Beispiel, das wäre jetzt ein ganz anderer Bereich, Flora. Da. Schaut ein bisschen niedrig aus. Die Körper auch noch übernehmen, theoretisch. So, du bist angekommen. Äh, Handel. Genau. Mal schauen, ob wir da Venegrig vielleicht noch einnehmen können. Das wäre auch ein schlechtes Ding. Ach, okay. Okay. Willkommen. Wie zum Beispiel. Kurz jetzt zwei Karren bestellen. Ausgeschlossen. Ja, ja. Warte mal schnell. Mit Freude. Schaut es denn hier aus? Oli Müller ist ja überhaupt nicht. Ihr habt etwas mit mir zu besprechen. Und los geht die Tour. Hm. Das war's für heute. Ausgeschlossen. So, ein bisschen, oder? Exquisit. Exquisit. Ah, schwierig. Sehr wohl. Der Bautrupp. Der könnte mal wieder hergehen und, ähm... Packen wir es an! So, ja, jetzt ist die Frage, wo ist mein Speer? Hm. Kein Ding. Liegt in der Nähe. Ah, ich grüße euch! Als Bürgermeister dieser Stadt heiße ich... Was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Eure Forderung ist mir zu... Was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Immer noch dasselbe, dann sieht er kommen. Sehr schön. Danke. So, Bautrupp. Momentan keiner frei. Aber der Händler... Schon unterwegs. Mit Vergnügen. Oh, die Straße. Ein schöner Weg. Hände aus den Taschen. Ja, komm, Angel. Mit Freude. Ja, es ist mühsam, aber wir kommen langsam nach vorne. Warum wir da so schlecht abschneiden, ist mir ein Rätsel. Hm. Weil... Ist mir свет. Uff.. Mm. uses 었다 So. Ich bin reingekommen, sehr gut. Exquisit! Wir bauen alles aus. Mit Freude. Mit Vergnügen. Na, lass das mal so. So ein Handelsabkommen wäre nicht schlecht. Was genau bietet ihr mir? Und was wollt ihr dafür haben? Ich nehme euer Angebot an. Pass auf. Jawohl. Das ist ein Markkraf. Exquisit. Packen wir es an. So, wer gelacht. Nein. Sehr wohl. Jetzt ist es ein bisschen geduldig. Müssen wir jetzt sein, weil es dauert natürlich noch ein bisschen. Wir haben jetzt 50, die Hälfte haben wir. Wir steigern das Ganze. aspнут. hm. Exquisite! Und los geht's! Schon unterwegs! Das Werkzeug fehlt und Stoffe! Wir brauchen unbedingt so einen Mann, der da... Wir brauchen eine Route, die von Zagreb hochkommt. Was ist denn hier... Genau, kurz auf! Ich will mal ein bisschen ändern... Genau! Ähm... So! Schon unterwegs! Ich will jetzt sehen, ob jetzt ein bisschen mehr angefahren wird... ... ... Das war's für heute. Mit Freude. So, iss mir wieder. So, ich habe einen Weg, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Haben wir jetzt eigentlich den Handelsabkommen oder nicht? Mhm Vielleicht können wir da noch eine... Ja, da haben wir gar nichts da... Schlecht 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schon unterwegs Mit Freude Was haben wir hier? Ah ja Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich brauche wieder Karin Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Kann ich jetzt noch einen Händler bauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee Aber den sieht er vielleicht Sooo... Das war's. Das war's. So, wir wachsen weiter. Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Das war's. 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 Das war's.